Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittwoch, der 28. Februar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 320 und ich gratuliere meinem Vater zum Geburtstag. Apple Patent, SGS 9 Vergleiche, Newton, neue Mitarbeiter, Vero, Selfish, Smart Things. Das sind die Themen, die euch heute durch unsere kurze tägliche News-Sendung begleiten werden. Zum Ersten, einem Apple-Patent. Was ja immer wieder mal passiert, Apple patentiert sich vieles, was sie so in ihren Entwicklungsstudios oder in Laboren rumtüfteln. Vieles davon kommt leider nicht an die Öffentlichkeit oder ein finiales Produkt. Das hier würde ich aber spannend finden. Habe ich selber etwas ähnliches, etwas grösser, mit mehr Möglichkeiten. Um was es genau geht, ist ein Ladecase für die Apple Watch. Nichts weltbewegendes in dem Sinn. Ihr könnt zum einen die Watch, also eben die einzelne, also nur die Uhr, die Smartwatch ins Case einfügen. Zusätzlich noch das Case, also das Band besser gesagt. Und ein zweites, also habt so auf Reisen immer eines mit dabei, das ihr zusätzlich nutzen könnt. Eins fürs Fitness und eins für den Business Case oder wie auch immer. Das Ganze lässt sich zusammenklappen und dann ziemlich mobil transportieren. Schaut spannend aus. Es ist Hoffnung da. Apple baut ja immer wieder Zubehör für seine eigenen Produkte auch. Mal schauen, wenn es das Ganze vielleicht dann doch geben wird. Gehen wir aber weiter von einem Gerücht zu den ersten Resultaten. Wie immer, wenn ein neues Smartphone da ist, gibt es diese lustigen Benchmark-Tests. Das ist weit weg von der Realität, aber dennoch immer wieder mal ein bisschen spannend zu sehen, was so vereinzelte Prozessoren in den einzelnen Smartphones zu leisten vermögen. Auch wenn es teilweise die gleichen sind, kann man damit Firmware und OS-Versionen ziemlich viel noch rausholen. Das zeigt, dass SGS 9, ja, nicht ganz so schön oder bildet es nicht ganz so schön ab. Denn wenn man es anschaut und vergleicht, unter anderem ist zum Beispiel der Apple A11 und Apple A10 sowie der Exynos 9810 deutlich weiter als diejenigen, die im neuen SGS 9 drin sind. Wenn man es ganz genau anschaut, ist es sogar so, dass das iPhone 7, 8 und X schneller und teilweise wirklich deutlich schneller sind als das, was eben in diesem SGS 9 drin ist. Eindrückliche Zahlen, wer das genauer nachlesen will, daily.tiktok.ch. Wir haben in den Link die Shownotes drin. Gestern vor 20 Jahren war ein trauriger Tag für viele, viele Apple-Fans. Nicht allzu lang war es her, kam Steve Jobs zurück, das war ein Freudentanz, aber er hat da gleich was eingestampft. Und zwar etwas ganz Tolles. Den Messenger-Pad von Apple, genauer genommen den Newton, einer, ja, was soll ich sagen, eigentlich der Vorreiter vom iPhone, der so vieles richtig gemacht hat, aber halt sehr viel Geld verschlungen hat für die Forschung, für das Marketing etc. Und unter anderem halt eben vom Vorgänger, von Steve Jobs oder Zwischengänger von Steve Jobs, ja, auf den Markt geschmissen wurde und somit dann eben eingestampft wurde. Traurige Geschichte damals, aber eben, im iPhone leben viele der Techniken, viele der Möglichkeiten weiter. Newton ist somit weitergewachsen. Es gibt wieder diverse News auf vielen, vielen News-Seiten, Apple-Seiten etc., dass Apple wieder an einem Social-Nedia-Network arbeiten könnte. Der Grund, weshalb das aufkommt, sind mehrere Mitarbeiter, die in den letzten Monaten zu Apple dazugestossen sind. Ganz neu ist Michael Abbott, einer der neuen, der dazugekommen ist, ehemaliger Twitter-Ingenieur, der aber auch schon für Microsoft gearbeitet hat, also für Plex, für Snapchat, für Bodybuild, unter anderem auch verantwortlich war für Palms WebOS. Und wer mich und meinen Blog schon ein Weilchen verfolgt, weiss, dass ich ein grosser Fan vom WebOS auf dem Tablet war. Also, wir dürfen gespannt sein, was der junge Herr bei Apple zu tun haben wird in Zukunft. Kennt ihr das? Es ist neue Social Media auf dem Markt und die Leute spielen verrückt. Alle sichern sich ihren Namen und loben es in höchstem Tön, nutzen es, machen Doppel-Content und so weiter und so fort. Genauso geschehen in den letzten Tagen wieder Vero, ein neues Social-Network, eines, ich glaube, arabischen Multimillionären, irgendwas aus dem Osten auf jeden Fall, ein Billionär, ein Milliardär, irgendwas genau, der das ganze Social-Network gegründet hat und es kostenlos anbieten will für die ersten 1-2 Millionen Nutzern. Alle anderen werden später dann bezahlen dürfen. Somit bleibt es dafür dann auch werbefrei. Wir dürfen gespannt sein. Wer da einen Account gemacht hat und schon wieder Genüge hat, der kann das Ganze jetzt auch wieder löschen. Das ist nicht ganz so trivial. Wie das genau funktioniert? Natürlich daily.tiktok.ch, ein Link ist drin mit einer Anleitung dazu. Cholla, diejenigen, die mir damals bei Kickstarter einiges Geld abgeluchst haben und nie das Produkt auf dem Markt gebraucht haben, das Tablet genau genommen, haben jetzt Sailfish OS auf dem Xperia XA2 gezeigt. An der MWC haben sie unter anderem eben auf dem Xperia das Ganze gezeigt, aber auch auf einem Tastentelefon, dem Nokia 3310, wie das Ganze funktionieren soll. Sailfish OS soll sich auch öffnen in nächster Zeit, damit da noch mehr Smartphone-Hersteller darauf aufsteigen können. Sie möchten vor allem im Bereich Feature Phone und den neueren Marken sein, also asiatischen Modellen etc. Ich bin sehr gespannt und werde mein Sony, das ich da irgendwo noch hinten liegen habe in meiner Kiste, mal ein bisschen umgestalten. Ich hoffe, das ist relativ einfach zu gewerkstelligen. Bei Samsung sind weitere Neuigkeiten durchgesickert. Wir hatten es ja diese Woche, glaube ich, schon rund um den Speaker, der im zweiten Jahreshälfte rauskommen soll, der unter anderem ja ein Smart Hub für eben die ganzen smarten Geschichten von Samsung, die neu unter Smart Things der Plattform zu tragen kommen. Und dazu gibt es jetzt Neuigkeiten, wie eben das Ganze umgesetzt wird. Vom Ausschauen her hat es ein bisschen Apple Home Ähnlichkeiten, aber das soll nichts Falsches sein, denn Apple Home ist eine sehr einfache und praktische Plattform, um die ganzen smarten Geräte zusammen zu bekommen. Das war es jetzt für heute. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr reingehört habt und freue mich, wenn ihr mich morgen wieder anhört am Donnerstag und wünsche euch bis dann einen erfolgreichen Tag. Habt viel Spass und bis dann. Tschüss, euer Pogipsi. Hört mehr Geek Talk.